So, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder online heute zum JFD-Devisenrader am Donnerstag, dem 19. März. Ich grüße Sie und Sie werden sicherlich am gestrigen Abend vielleicht noch verfolgt haben, was da hier aus den USA gekommen ist. Janet Yellen und ihre Äußerungen zum Zinsausblick zu den Zinsschritten, zu den möglichen Gegebenheiten, eben den Rahmenbedingungen etc. etc. Letztlich wurde hier zunächst erstmal von der Zinsanhebung im April abgesehen. Die möglichen Spekulationen darüber herrschten ja vor und auch natürlich weitere verklausulisierte Aussagen führten wieder dazu, dass hier die Zinsangst so ein bisschen, ein Stück weit, zumindest kurzfristig aus dem Markt genommen wurde. Der US-amerikanische Aktienmarkt feierte dies außerordentlich und der US-Dollar ging hier entsprechend in die Knie, da natürlich die ganzen Vorschusslorbeeren eines starken US-Dollars hier mit der Andacht einer Leitzinsanhebung im Einklang zu bringen sind. Nicht ohne Grund steigt der US-Dollar ja insbesondere seit Mitte 2014 aufgrund dessen stark an und wir wollen uns hier das Major of Xperia in dem Kontext anschauen, den Euro gegenüber dem US-Dollar, der eben hier den größten Anteil am Forex-Markt in Sachen Umsatzbeteiligung am Tag ausmacht. Hier die zwei großen Währungsregionen und Sie wissen, Sie kennen auch den Chart hier Euro-US-Dollar auf Monatsbasis, was wir hier für eine große Tendenz im Auswurf haben. Tatsache ist, das Niveau von 1,05 wurde schon relativ lang in Aussicht gestellt, wenngleich ich zugeben muss, ich hatte hier eigentlich immer erst Ziele im Juni, Juli für dieses Level vorgesehen. Nichtsdestotrotz wurde es eben unlängst jetzt schon im März erreicht. Wir hatten hier auch einen Tief bei 1,045,9. Touchdown dieser unteren Trendkanallinie, dieses großen breiten Abwärts-Trendkanals, der hier seit 2008 seinen Ursprung findet. Hier sehen Sie die entsprechenden Punkte, die entsprechenden Zonen, die sich ja wirklich idealtypisch, also technische Analyse in Paradeform, was hier abläuft, sich darstellt. Und von diesem Level hier unten ausgehend war durchaus eine technische Reaktion nach oben möglich. Aber Trendfolgen natürlich auch eine direkte weitere Verschärfung nach unten nicht auszuschließen und dies hätte durchaus erfolgen können. Wohl bemerkt, wenn die FED eben hier gesagt hätte, angekündigt hätte, Moment meine lieben Damen und Herren, wir sind jetzt konkretisiert worden oder haben uns konkretisiert im Zuge der starken US-Arbeitsmarktdaten, werden wir bereits früher den Leitzins anheben als angedacht. Und das wäre sicherlich explosiv genau in die andere Richtung gelaufen. Aber Trendlinie hin oder her, hier hat es letztlich mit dem Abprall funktioniert. Das fundamentale Umfeld stimmt hier auch ins oder passt hier auch ins Bild. Und EURUS-Dollar hat jetzt hier durchaus auf großer Sicht die Möglichkeit, hier eine Erholung zu fahren. Und Sie sehen hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend, Sie sehen hier diese Widerstandscluster. Rein technisch ist es möglich, dass EURUS-Dollar hier zunächst kurzfristig, werden wir uns den Bereich um 1,11, 1,12 gleich anschauen auf Tagesbasis, aber hier mit Sicht auf, ja, das kann man zurzeit wahrlich schlecht sagen, ob das nun Woche oder Monate dauern wird. Letztlich kann es auch schneller als erwartet passieren, dass EURUS-Dollar hier bis in den Bereich 1,18,77, 1,18,20 vordringt. Hier ist dann eigentlich eine massive Widerstandszone vorzufinden, die grundsätzlich diese übergeordnete Abwärtstrendbewegung, diese übergeordnete Abwertung weiter begünstigen dürfte. Also weiter fallende Preise wären hier dann in dem Kontext durchaus zu favorisieren. Also hier von einer großen Trendwende zu sprechen, erscheint fast noch ein wenig zu früh. Kurzfristig haben sich jedoch hier die Zeichen aufgehellt, im Sinne einer Erholung auch aufgrund dieser technischen Situation, die wir hier haben. Beobacht geben, hier ist noch nicht aller Tage Abend. Der Monat ist zwar noch nur noch wenige Tage, bis er denn rum ist. Das heißt, die Monatskerze dürfte dann fix stehen am Markt. Aber geben Sie ihm auch Obacht, es kann hier durchaus noch mal zum Test dieses Levels kommen, um hier auch möglicherweise den letzten Bullen zu vertreiben, um dann erst das Reversal zu starten. Das gilt es hier engmaschig zu beobachten. Wir wollen deswegen EURUS-Dollar mal am Tagesschart analysieren. Wir hatten den Euro auch gestern direkt zum FED-Event oder kurz danach, vielmehr beim JFD Live-Sharting am Abend. Immer alle 14 Tage abends 20.30 Uhr. Mittwochs hatten wir den gestern schon hier in der Beschau. Und die Annahme war eben, wenn wir hier über 1,1185 rausziehen, hier dieses Widerstands-Cluster, dann wäre die Möglichkeit gegeben, okay, dass wir hier direkt kurzfristig weitere Aufwärtsimpulse fahren. Wir sehen allerdings, das gestrige Hoch ist auch schon wieder ausverkauft worden und wir sind heute bereits schon über 200 Pips wieder gelaufen und das mit einer deutlichen Schwäche. Und insofern hat sich hier diese Trendlinie, Schreckstrich, diese Abwärtstrendkanallinie doch zunächst als tatsächlich richtig erwiesen. Jetzt muss man sehen, ob EURUS-Dollar mit Blick auf die nächsten Tage die Kraft hat, nochmals einen Auftrieb zu erfahren. Das ist eben jetzt die entscheidende Frage. Unterhalb dieser Trendlinie, unterhalb des gestrigen Tageshochs, 1,1042, bleibt EURUS-Dollar erst mal hier sowohl auf großer Basis als auch auf Tagesbasis in einem Short-Modus. Weiterhin darf hier nicht zu verfrühter Euphorie übergehen. Technisch gesehen hat sich gestern hier definitiv was Interessantes ergeben, aber vielleicht nochmal hier Spikes nach unten, um wirklich den letzten Bullen raus zu kegeln, will ich nicht ausschließen. Kann durchaus passieren, gerade im Zuge dessen, dass ich hier diese Aufwärtsbewegung von gestern eben nicht direkt fortsetzte und hier so eine Art Short-Squeeze schon ein bisschen an Würze verliert, will ich in dem Zusammenhang sagen. Warten wir mal ab, was passiert. Oberhalb, wie gesagt, von 1,1042, das kann jetzt gesagt werden, wäre der Markt aber definitiv höchst bullish im kurzfristigen Segment zu sehen und dann kann es auch hier dann speziell sicherlich rasch zum Bruch von 1,1185 kommen und dann muss man sehen, was hier letztlich passiert. Nach unten hin aufpassen, wie gesagt, solche Spikes. Ich will es nicht ausschließen. Ich kann es mir nicht zwingend vorstellen, dass es dazu kommt, aber das ist am Devisenmarkt nicht unüblich, dass hier nochmal solche kleinen Fakes erfolgen und das wäre sicherlich hier dann die richtige Würze, um dann auf tieferen Niveau vielleicht hier einen mittelfristigen Long zu suchen. Man will es nicht ausschließen, man muss hier definitiv mal abwarten, was der Markt hier bringt. Aber auf Tagesbasis, heute wie gesagt, Intraday, eigentlich schon recht viel Pulver verschossen. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass es hier am Nachmittag jetzt noch eine enorme Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung gibt. Vielleicht bleiben wir in dieser Range von gestern. Also hier die Tageskerze von gestern mit mehr als 500 Pips war ja schon außerordentlich. Gut vorstellbar, dass wir jetzt hier ein Stück weit hin und her oszillieren, um dann in Bälde eben eine Entscheidung herbeizuführen. Das gilt für mich aktuell als das wahrscheinlichste Szenario. Schauen wir uns aber den Stundenchart an. Der kommt sehr, sehr interessant daher. Hier diese gestrigen Aufwärtsimpuls und das ist das Interessante, dass es eben hier nach Genedellen aufwärts ging, aber die hochs hier eben nicht gehalten werden konnte und hier konnten. Und hier in der Asia-Session sehen wir jetzt eben fallende Preise. Sind auch unter den Daily Private Point von gestern wieder zurückgekommen. Es wäre sehr, sehr vortrefflich gewesen, wenn wir dieses Niveau 1,0815 gehalten hätten. Haben wir nicht. Jetzt steuern wir ein Stück weit nach unten. Wir haben allerdings mit Blick auf den Stundenchart ein höchst interessantes Bild. Zum einen kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir mit der letzten Stunde getestet haben. Zum anderen hier eine Horizontalunterstützung, die wir auch getestet haben. Sehr, sehr interessant. Und das im Kontext dessen lässt eigentlich durchaus zu, dass der Euro-S-Dollar sich hier stabilisieren darf. Wir sehen jetzt also hier oberhalb von 0,63, oberhalb des bisherigen Tagestiefs die Chancen, dass der Index hier durchaus einen Move nach oben starten kann. Also ein Erholungs-Move aufgrund dieser Verluste der Asia-Session. Durchaus denkbar. Wenn wir das Niveau von 1,063 halten, geben Sie Obacht. Gehen wir hier drunter, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier die tieferen Regionen ausloten. Das wären dann hier, Sie sehen hier diese Horizontalzone, zeichne ich direkt mal ein. Wir werden das wahrscheinlich am Nachmittag nochmals beleuchten in der weiteren JfD-Sendung oder in einem kurzen Comment auf dem JfD-Desktop. Hier, wenn wir die 1,063 brechen, dann sind wir relativ zügig bei 1,0555, vielleicht dann sogar bei dem Low von 1,046. Das heißt, dass das hier dann zu einem sehr, sehr schnellen Ausverkauf führen könnte. Dann wäre auch hier das gestrige Momentum schon mal komplett relativiert. Das wäre sehr unschön für Euro-S-Dollar. Also die Euphorie von gestern wäre praktisch verflogen. Also insofern mal Ruhe bewahren. Hier vom aktuellen Niveau auf Stundenbasis aus dennoch die Möglichkeit, dass Euro-S-Dollar hier wieder Fahrt aufnimmt in Richtung Pivot-Point, in Richtung weiterer Erholungstendenzen. Sehr, sehr interessanter Setup gerade. Ich hoffe, auch Ihnen geht es so, wenn Sie den Euro-S-Dollar betrachten. Ich persönlich werde mich Intraday heute dennoch in Sachen Eigenhandel zurückhalten, da mir die Moves hier bereits alle schon viel zu weit und extrem gelaufen sind. Doch nachher gibt es noch eine kleine Beschauer zum Gold. Vielleicht findet sich ja dort was Interessantes. Ich sage erst mal, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten beim JfD-Devisenradar. Nachher gleich das JfD-Live-Trading-TV mit DAX und Co. Und insofern bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer. Bis zum nächsten Mal.